Ja, hallo und herzlich willkommen zu Voice Over Cars und die Ereignisse überschlagen sich, würde Mr. Newstime nun sagen, aber ich habe noch eine News für euch heute. Dass Seat eine neue Marke gelauncht hat, weiß inzwischen vermutlich jedes Kind. Das erste Fahrzeug der Submarke Cupra ist der Cupra Ateca und der lässt mein automobiles Herz direkt mal einen Meter höher schlagen. Der neue 2.0 TSI-Motor des Cupra Atecas liefert 300 PS. Punkt. Reicht schon, oder? Die Umweltengel freuen sich über die neuen Partikelfilter, denn der Cupra Ateca erfüllt die neuesten Emissionsvorschriften. Der Motor soll einen verbesserten und kraftvolleren Sound liefern. Gekoppelt ist er an der neu entwickelten Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Darüber beschleunigt der Cupra Ateca nur 5,4 Sekunden von 0 auf 100 kmh und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 245 kmh erreichen. Der Cupra Ateca verfügt über den Allradantrieb 4Drive. Das 4Drive-System bietet mit all seinen Fahrmodi eine optimale Funktion. Normal, Sport, Individual, Snow, Offroad und natürlich den Cupra-Modus. Bei letzterem zeigt der Motor mit einem eleganten Sound eine sofortige Reaktion und die adaptive Fahrwerksregelung DCC sorgt mit der richtigen Einstellung für ein sportlicheres Fahrgefühl. Der Cupra Ateca soll aber nicht nur durch seinen Antrieb punkten, sondern auch durch die Optik. An der Front gibt es das neue Cupra-Logo. Unten gibt es den Cupra-Schriftzug. Das erinnert mich entfernt an Audi und Quattro, also sportlich durch und durch. 19 Zoll Felgen in den Radkästen runden das Design an der Seite ab. Am Heck gibt es vier Auspuffrohre, im Heck die Fusse. Und natürlich ist auch der Innenraum sportlich gezeichnet und auch an der Ausstattung wurde nicht gespart. Ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, die Top-View-Kamera mit 360 Grad Rundumsicht, das Navigationssystem mit 8 Zoll Touchscreen, sowie die adaptive Fahrwerksregelung DCC, das digitale Cockpit und die Einpackhilfe sind im neuen Cupra Ateca serienmäßig verbaut. Für die Karosserie stehen sechs Farben zur Auswahl. Energy Blau, Velvet Rot, Brilliant Silver, Rhodium Grau, Magic Schwarz und Nevada Weiß. Und ich weiß ja nicht, was ihr meint, aber ich finde den Cupra Ateca ziemlich heiß. Das mit der zweiten Marke, das hat ja auch bei Citroen und DS stattgefunden. Da weiß ich nicht so genau, ob das wirklich eine gute Idee war. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Marke Cupra richtig geil wird. Denn machen wir uns da nichts vor, welches Seat-Modell wollten immer die meisten haben, zumindest auf dem Blatt Papier. Das war dann das Cupra-Modell. Seat Leon Cupra zum Beispiel, Seat Ibiza Cupra oder jetzt aber auch der Seat Ateca. Und der heißt jetzt einfach nicht mehr Seat Ateca Cupra, sondern Cupra Ateca. Sparen wir uns das Seat. Finde ich persönlich ganz gut. Wie findet ihr das Ganze? Sag es mir mal in den Kommentaren. Schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Deswegen Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Bis zum nächsten Mal.